Ich kaufe das günstigste Produkt bei Gucci. Wir wollten erstmal direkt in den Laden gehen, aber wir mussten einfach draußen warten. Dann so eine Security, ich hab mich irgendwie ganz falsch gefühlt. Und es hat echt lange gedauert, bis wir rein konnten. Leute, dann kam das größte Problem. Ihr werdet mich jetzt so auslachen. Ich suche nämlich das günstigste Gucci-Produkt, was sie da haben. Wir wurden einfach aus dem Laden geworfen. Okay, also das Ding ist, man darf halt im Laden nicht filmen. Deswegen musste ich alle Aufnahmen löschen. Aber ich wäre nicht Emil, wenn ich trotzdem durchgezogen hätte. Ich hatte Glück, weil es gibt extra so einen Gucci-Stand, so Gucci Beauty. Das günstigste Produkt im Laden war einfach ein 140-Euro-Schlüsselanhänger. Das kaufe ich mir ganz ehrlich nicht. Und wir haben so viele Gratissachen bekommen. Das tatsächlich günstigste Produkt gefunden. Ich bin sehr gespannt, was denkt ihr wird es sein? Die ist halt einfach eine Gratis-Chloe-Tasche bekommen.